So, jetzt haben wir die Farm. Ich glaube, die Farm ist so eine absolute Anti-Killer-Map. Warum ist das so? Weil es hier auch ein Kornfeld gibt. Und da verliert der Killer recht schnell den Survivor, wenn er als kleines Prop unterwegs ist. Aber wir spielen ja Killer, ist doch kein Thema. Oh Gott, jetzt spiele ich so eine absolute Anti-Killer-Map als Killer. Und Happy Birthday. Ja, ich nehme wieder sie. Ja, Gott, wo seid ihr denn, Freunde? Wo seid ihr denn? Ist auch noch keiner dran? Was machen die denn? Schönen die gerade ihren Nuttis? Dann nur das Feuer. Ist auch keiner dran? Ach, wo sind die? Ist auch keiner dran? Ich glaube, die schüllen sich gerade ein. Ah, okay. Tja, mein Freund, dafür ist das Teil da. Also mein Schrei. Hier ist die Lichtschärmung. Daran seht ihr das. Geh, geh, geh zurück und spielen DVD dann. Aber ich will nicht. Ich will den Kampen und Tunnel. Jeder. Geh zur Astro-World. Alles klar. Oh, hier ist auch noch jemand. Ha! Oh, die hat das Buch gehabt. Ich glaube, hier wurde gerade eine Kiste aufgemacht, ne? Okay, den habe ich zweimal getroffen. Das war ganz gut. Oh, und ich weiß noch, wo er ist. Das ist even battle. Ja, gut. Die Frage an der Stelle ist, wie lange weiß ich, wo er ist. Alter, wie dreist! Fuck it, fuck off, Freunde. Das war jetzt schon irgendwie ein bisschen dreist. Vor allem, der ist auch wieder fast fertiggestellt, ne? Aha. Ja, Mann! Komm schon! Komm schon! Ich will dich! Ich will dich mal so richtig! Komm, 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 komm! Ah, die sind halt echt so super schnell, ne? Ja, Mann! Bam! 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 Auf die Nuss! Da vorne wäre einer closer gewesen, aber egal. Ich bringe jetzt hier hin. Okay, der... Das wäre jetzt Tunneln. Das wäre jetzt Tunneln, das möchte ich nicht, Freunde. Das war nämlich genau der, der jetzt gerade gesaved wurde. Aber der kann da Gott sei Dank gerade eh nichts machen. Oder war das die hier? Können auch die gewesen sein, ne? Oder? Ich weiß gar nicht. Ich nehme jetzt einfach die. Ist es? Also bitte stopp, komplain. Okay. Hier kommt schon jemand an. No! No, 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 no! Komm her! Komm her! Ist der eine, ist der eine, steht gleich wieder auf, ne? So ist das. Komm schon! Komm schon! Der hat natürlich jetzt mehr Leben in der Form. Alter! Ist der noch auf meinem Kopf gelandet? Speaking of rude. Hi! Woohoo! Germona! Ah, jetzt habe ich den Dach wieder verloren. Fuck die fuck off. Da auch nicht. Das heißt, da vorne eventuell. Die haben sogar extra zugemacht, damit sie auch genau wissen, wenn ich ankomme, ne? Schieß da! Schieß da! Jackson wieder. Yes! Ja, da ist leider keine Tür. Hier ist eine, ja. Das stimmt. Der ist ja noch irgendwo. Ja, Mann! Ey, du musst liegen! Alter, ganz im Ernst, also wenn das jetzt nicht, wenn der jetzt nicht liegt, ne? Der liegt noch nicht mal! What the fuck? Ich mache 30 Schaden mit dem Schlag. Sollte es mir so sein. Haben sie so gemacht, geändert, I don't know. Ja, Mann! Oh, das war sehr gut getimed. That was very good. Indeed. Ja, man kann natürlich auch die Survivor runterholen, indem man einfach dem Killer auf den Nuss springt. Ja, das geht natürlich durchaus auch. Ah, wo seid ihr? Nya! Nya! Oh, der resettet gerade, ne? Aber ich brauche jetzt nochmal den Schreib. Nya, hier hat keiner Schaden genommen. Scheint doch wieder weg zu sein. Fuck, ich fuck off. Ich bin wieder zurück. Im ersten Fall habe ich wirklich so eine Drei-Gel-Also eine Drei-Maschinen-Kombi. Oh, hallo! Oh, hallo! Dann muss ich kurz wieder hier gucken. Also ich glaube, ich sollte lieber... Die Drei sollte ich ein bisschen halten. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, der ist jetzt tot. Ich glaube, der ist jetzt hinüber. Das wäre natürlich supi. Ich glaube, das wäre jetzt echt supi. Das bräuchte ich jetzt. Oh, der lebt sogar noch. Nya! Der Tick hat immer noch runter. Da vorne wurde geheilt. Beziehungsweise mitgenommen wieder. Ja, okay, jetzt bist du... Ah, ne, das ist ein anderer wieder. Shit, da. Das ist wieder ein anderer. Aber, hey, der haben wir bekommen. Vielleicht ist der ja jetzt down. Man weiß es immer nicht. Der ist auch noch nicht down. Alter, wie fair bin ich denn? Holy shit. Okay, der hat auch was mit Ader dabei. Okay, ich muss jetzt hier gucken. Ah, guck mal, wer da kommt. Ja, Mann. Okay, der ist jetzt definitiv tot. Also wenn der jetzt nicht tot ist, weiß ich auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen weniger. Und wir nehmen uns zu kümmern ein bisschen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bye-bye, Mister. Der lebt immer noch. Alter, what the fuck. Ich habe halt Angst, dass ich einmal... Dass ich einmal nicht... Einmal nicht bei dem gucke. Ja, und schon ziehen die den durch. Das wäre halt äußerst doof. Das war jetzt auch gar nicht mal so clever. War schlecht getimed, muss man sagen. Okay. Okay. Ich glaube, jetzt werden die auch gecheckt haben, dass hier noch ein Gen ist. Also nochmal Maschine. So, der müsste jetzt definitiv tot sein. Ja, Mann. Ja, Mann. Der ist der, der tot ist. Ja. Ja, jetzt wollen die den hier durchverlangen. Jetzt wollen die den hier durchverlangen. Ich darf jetzt nicht zu lange brauchen, um den zu bekommen. Oh, yeah. Ich glaube, die ist jetzt auch down. Ich glaube, die ist jetzt auch down, Freunde. Sweet. Sweet, sweet, sweet. Aber ich bin super weit weg jetzt, ne? Muss ganz, ganz schnell hier gucken. Oh, das war der letzte? Shit. Ah, okay. Da geht jetzt jemand hin. Okay. Jetzt brauche ich sie. Ah. Ah, da hinten ist wieder jemand dran. Fuck it. Ich weiß halt nicht, ob die, ob die das immer wieder neu machen müssen. Ah, das war ganz gut, dass ich jetzt da nochmal einen Schrei hatte. Okay, der kann sogar nochmal hängen. Das heißt, äh, der andere, ah, der geht einfach raus. Oder? Der hat ultra viel Leben, wie ich es gefühle. Ja, der geht einfach raus. Anti-Made. Anti-Made, sage ich dazu nur. Anti-Made. Ui, da, ui, da, ui, da.